Lars Mittendorf, ein alter Bekannter inzwischen schon, du bist Abonnement-Sieger für die Wildcard, warst es beim Cooktech 5 in Frankfurt und heute wieder. Wie erfreut du diesen Erfolg? Weiß ich auch nicht ganz genau. Ich denke mal, vielleicht ist meine Küche ein bisschen anders als die anderen Gerichte, die eingesendet werden. Sehr natürliche Arrohungen, viel Natur mit einbezogen, wirklich diesmal andere Zutaten gehabt mit dem Gerstencafé, dem Emmerbier, dem Kutteln. Von daher deswegen vielleicht. Sehr speziell und auch mit Ecken und Kanten. Auf jeden Fall. Also ich versuche nie, dass alles, also was heißt, ich versuche nicht, dass alles mögen, wenn wir es alle mögen, gefällt es mir auch, aber ich gehe nicht danach, dass es jetzt alle mögen, weil es total Mainstream ist. Es kann wie gesagt heute Kutteln sein und das muss nicht jeder mögen, meiner Meinung nach. Für solche Sachen hier ist es okay, im Restaurant muss man es anders machen, glaube ich, aber für solche Sachen hier ist es interessant. Gibt es dafür noch eine Klientel für solche Gerichte? Für Kutteln? Da am Bodensee, wo ich arbeite auf jeden Fall. Wir haben es auf der Karte und es geht auch. Okay, also es ist ein regionales Thema. Stuttgart funktioniert es sicherlich. Ich denke, ja, dass es sehr regional ist und wenn man mit aufgewachsen ist, manche Leute, dann mögen sie es schon, wollen es schon gerne essen, wie so wie Herr Wilges heute zum Beispiel. Ja, wir haben heute festgestellt in der Diskussion, dass viele das auch als Kindheitserinnerung fast erwähnen, zum Beispiel Thomas Wilges. Andere wiederum wie du, du bist eigentlich zu jung und kommst aus einer anderen Gegend, als dass man das gegessen hätte, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe meine Ausbildung daheim gemacht, da habe ich es noch nie gegessen gehabt, aber dann bin ich zum Bodensee und da gegessen und ich mochte es von Anfang an und fand es einfach ein interessantes Thema, solche Sachen halt auch mit zu verarbeiten und was darüber zu wissen, wo gar nicht viele Leute was darüber zu wissen und so alte Sachen, alte Gerichte oder so mit so etwas mit einzubeziehen. Wie auch dann den Gerstencafé Muckefuck von früher und ja. Muckefuck war was nochmal? Ja, Gerstencafé haben halt die Leute im Krieg getrunken, weil es halt kein richtiger Kaffee war und dieser war lagerbar. War das der Markenname oder was? Na, Muckefuck war glaube ich dieser Spitzen, aber dann dafür für so ein Kaffee, Gerstencafé oder Lupiniencafé oder früher. Sind wir vielleicht auch zu jung für? Ja, ich kann dann gerne was beibringen. Lass dir noch einen tollen Abend. Morgen Pilze sammeln vielleicht, nach so viel regnen. Ja, wenn es jetzt regnet, könntest du langsam wieder was her, ne? Super. Danke ganz herzlich für das tolle Gericht. Danke fürs hier sein. Und mach bitte weiter so. Nimm diesen väterlichen Rat an. Jawohl. Danke. Danke. Super.